Hey Freunde, hier ist der Finn und es gibt endlich Battlefield 3 Multiplayer Gameplay, was ich euch versprochen habe, obwohl ich gar nicht weiß, ob euch das überhaupt taugt. Deswegen wäre natürlich eine Antwort, wie ihr das bei Dota gemacht habt, total cool. Alter, was sind denn die Jungs? Bin ich bekloppt. Was war das denn? Ist der hier Walking Dead oder was? Was war mit dem los, Mann? Der stand da einfach rum. Nein, schlecht, ganz schlecht. Was soll das, Junge? Ja, ja, ich halte gleich durch, Mann. Hier ist irgendwie nichts los, Mann. Alter, ich will in die Kacke, Mann. Ich will Action haben. Weh. Boxen, du. Boxen, du. Oh, nein. Nein. Da war doch noch einer, den hätte ich doch mitnehmen wollen. Es ist Zeit für die M320. Komm raus. Na, du machst das schon gut, das wollte ich auch gerade machen. Ah, da war er. Alter, blockt halt, Jungs. Ich hasse das, Mann. Ich hasse das abartig. Den hole ich mir. Du bleibst da. Alter. Jetzt rennt der da rein. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir mit der Rex. Wo ist er hin? Der ist bestimmt nicht herunter. Dieser Bastard. Da ist er mir entkommend. Den nächsten messer ich. Oder auch nicht. Ich sollte mal nachladen. Ja, Junge. Willst du kaputt gehen, oder? Alter. Jawohl. Das ist zwar nicht der gleiche gewesen, aber es ist zumindest einer mit dem bin ich auch zufrieden. So, wir sind auf C. Da liegt hier schon wieder so ein armes Schwein. Alter. Ich glaube, der ist rausgenommen worden. Und nein, ich komme zu spät. Es tut mir leid. Nein, du bist weg. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ich bin schon wieder nicht mehr ganz bei der Sache. Ich weiß auch nicht. Ja, nachdem ich vorhin versucht habe, meine Grafikkarte zu betrachten, um die letzten paar FPS aus Battlefield rauszuholen, hat mir tatsächlich meine Grafikkarte dermaßen gute Fehler angezeigt, dass gar nichts mehr gegangen ist. Und ich schon gedacht habe, ich habe sie geschrottet. Ja, 3, 4 FPS allerhöchstens. Ja, Junge, stirb halt. Du Affe, 97. Kann mir wenigstens eine wiederholen. Nee, natürlich nicht, wa? Danke fürs Gespräch. Oh, 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 du bist, du bist so gut. Du bist mein Freund. Uff, da snappt einer. Sniper werden sofort mit der 320 behandelt. Da gibt es gar keine Diskussionen. Oh je, oh je. Distanz verkürzen. Da war auch was. Nein! Du kleiner Bastard. Wie heißt du? Ixion. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir, wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Du kleiner Bastard. Fick dich. Dich hole ich mir. Mit C4, wenn es sein muss. Du verschissener Bastard. Das hast du nicht umsonst gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die M320 wäre so schön gewesen. Mitten in den Haufen da rein. Falls ihr das übrigens bemerkt habt, ihr findet ab sofort fast nur noch Multiplayer-Gameplay bei mir auf dem Kanal. Also hier auf Win for the Win. Das hat Gründe, weil ich keine Lust mehr habe auf Let's Plays. Ich halte mir da aber offen, hier mal so ein kleines Review oder so ein kleines Test oder so ein kleines Anzocken zu machen. Aber so wirklich durchspielen werde ich nichts mehr. Es kommt vielleicht noch ein Part. Der ist zu kurz. Oh, der wäre so... Was ist denn heute los? Meine Güte. Damen und Herren. Aber ich liege hier zumindest geschmeidig drinnen. Ich glaube, da liegen. Da läuft mit sicher gleich einer vorbei. Was ist mit dir los, Junge? Warum haust du ab? Hast du Angst oder was? Ich kann eh nicht zielen jetzt hier. Außer ich. Ja? Who's your daddy? Ich bin's. So. Ja, schon wieder. Du bist mein Erzfeind heute. Dich hole ich mir. Dich werde ich trollen. Und ja, mein Gehäuse ist übrigens total toll geworden von meinem PC. Ist allerdings momentan ein bisschen laut. und ich meine, ich habe irgendwie am CPU-Kühler so eine Art Lüftungsgeräusch. Also quasi hier, dass das Lager irgendwie nicht in Ordnung ist. Da werde ich mal nachgucken und schauen, was da los ist. Aber... Hm... Ja, mal gucken. Weiß ich nicht genau, was ich da mach. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe, man hört's auf der Aufnahme nicht. Wegen meinem guten Großmembran-Mikrofon, ne? Jeder weiß und so. Ich hoffe, man hört das nicht. Aber einfach mal, einfach mal Bescheid sagen, wenn da irgendwas was ist. Dann muss ich mal gucken, dass ich den Rechner, weiß nicht, irgendwie... Weißer mach. Wirst du sterben? Junge. Du bist ja voll bekloppt, ey. Da vorne geht die Post ab, meine Freunde. Oh je. Uff. Schön. Da war noch einer. Wuff. Ja. Uff. Es ist es es es. Granaten-Battle. Mir sind sie gerade ausgegangen. Puh. Ja, der hat die Dinger wohl nicht liegen sehen. Aber ich frag mich, wo der Typchen ist. Uff. Alcaramba. Sayieieieie. Wollen wir wirklich sagen, das geht mir jetzt so langsam hier... Der Typ auf den Sack hier. Mh. 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 Und nochmal Hilfe bei Kill. Und nochmal Niederhaltung. Und hast du nicht gesehen. Ach nö, hier. Ach nö. Holt mich einer wieder? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Den Film kann man ja liegen lassen. Das ist ja nicht so wild. Jetzt hab ich gerade gedacht, das Rohr ist einer, Mann. Ich bin komplett paranoid, ey. Steh auf, Junge. Käpp weiter. Hier bin ich geschlafen. Ausruhen kannst du dich. Lus. Da flackt er. Mit der Dau. Diese verschissene Camper-Sorte. Ich hole die mit der Rex. Bist du schon tot? Wichser. Dup, 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 dup. Ah ja, klar, dass da einer drin steht. Da stehen sie immer drin. Oh, Erdbeben. Mh, mh. Ich würde sagen, wir marschieren mal zu B. Momentan haben wir das ja ganz gut im Griff hier. Und da oben sind auch noch... Alter, fahr halt über mich drüber, du Spasti. Mh. Gibt's doch nicht. Ohne Schmarrn. Die Leute heutzutage können einfach kein Auto mehr fahren. Geh aber nicht. Sprengstoff. Habe so das Gefühl. Das ist... Ja. Da war der Waffenwechsel wieder zu langsam. Mh. Na, wenigstens habe ich meine Allys. Mal aufstehen, Junge. Da war doch gerade einer. Alter. Wo ist der hin? Alter, ernsthaft? Wo ist der hin? Da war doch gerade einer. Nicht. Bastard. Da ist er. Schon wieder. Ich werde nicht mehr. So, ey, ich bin... Alter, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Jetzt mal ganz im Ernst. Durch die Tonne kann man jetzt normalerweise nicht so durchschießen. Hey, komm. Das ist jetzt aber hier... Hier mehr als Magie. Das ist ja hier Gandalf. Aber Vollgas. Da ist immer Vollgas, Gandalf. Waren das jetzt mal anders hier? Rollen wir die Scheiße von hinten hier auf. Na ja, sauber nachladen. Na, die Jungs, die tun mir gerade leid. Aber... Genau! Das ist... Das ist... Das ist der Gandalf-Server. Ich habe volle Kontrolle über das Spiel. Also... Also fast. Alter Rohr. Hör auf. Schaut aus wie ein Kopf. Jetzt balle ich dich noch zusammen. Komm jetzt. Es ist so unspannend, eine Flagge allein einzunehmen. Es ist so unspannend, wenn jemand kommt. Och, nö. Vielleicht mache ich das so wie bei Dota und schneide bloß hier so irgendwie was zusammen. So, da ist gerade irgendwo einer verreckt hier. Woran ist halt die Frage? Hier, Scheißblocker. Wirklich, jedes Mal. Als ob er nicht sehen würde, dass ich hier langlaufe. Das ist so krass. Neh, ich bin hier noch von hier in der rein. Nö, 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 nö. Deine Mama. Ah. Schön. 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 Junge. Oh, 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 oh. Ich wollte ihn messern. Warum? Warum? Oh, nein. Nein. Naja. No. Alter. Komm her. Who's your daddy? Naja. Ich bin's. Papa Finn. Papa Finn ist wieder da. Natürlich. Je. Ich wollte gerade sagen. Ne, du. Ren hier mal nicht so rum, Mann. Ich hätte echt gerne Medipack. Ach, da ist schon eins. Perfekto. Da gehen wir mal hier runter. Finde ich auch ganz nett. Hat sich das schon mal gelohnt. Du kommst mir hier nicht. Du kommst mir hier nicht rein. Ich glaube, der will hier auch gar nicht rein. Alter. Die Noobwaffe himself. Wirklich. Ah. Ist fast so schlimm wie die Usas. Nein. Ist schlimmer als die Usas. Ist schlimmer als die Usas. Ah. Die Usas sind wenigstens nicht mehr so krank. Also schon noch gut, wenn man einigermaßen bisschen zielt. Ich meine, Dao ist ja mal total Nooblike himself. Da geht ja nichts mehr drüber, ey. Abartig, Mann. Ey, das ist hard am Limit, ey. Ich geh da lang, Mann. Find's mich mal. Alter. Größter Lacker ever. Was ist los, Mann? Was ist los? Alter. Alter, der hatte eine Schlüssel Lack zum Frühstück. Ohne Witz. Der Ball hat da verpeilt. Alter Schwede. Und ich würde mal sagen, nämlich mal gepflegt C4 mit meinen Freunden und dann gibt's BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄS. Ja, Mann. Schaut's aus. Hast du was dagegen, oder? Hier, Mann. Friss mal den C4, Bastard, die Verschissenen. Ja! Alter, der größte Dao nub himself, Alter. Ich spreng den mit C4 aus deiner Ecke da raus. Wo ist der Bastard, Mann? Aber ich glaube, der war eh schon hier über, Mann. Der hat's einfach nicht ausgehalten, ne? Dass er so ein Kack-Noob ist. Hat sie hier sehr in Luft gesprengt. Wurde er selber gekillt, Mann. Wenn er mit der Dao rumrennt, ey, ohne Witz. Dem gehören echt die Eier abgeschnitten. Aber ich glaube, solche Leute, die haben den See schon verloren. Also, das ist katastrophal, echt. Alter. Ja, ticketmäßig sieht's eigentlich noch ganz okay aus. ATM. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen. Ja. Warum hat der Finn denn eigentlich einen Mündungsfeuerdämpfer und einen ein Dreibein hier auf der 240? Ich mobil sein möchte und trotzdem gut Schaden machen möchte, auch wenn ich unterwegs bin. Also quasi, ähm... Ich möchte quasi so, wenn ich stehe, einfach gut zielen können und wenn ich liege, halt eben diesen Vorteil haben, sehr weit und sehr sicher zielen zu können. Das ist so ein Mix. Man könnte jetzt auch sagen, ja, man nimmt, ähm, was weiß ich, äh, Magazinerweiterung. Dann kann man, wenn man das Dreibein oder halt das Bein drauf hat, kann man halt ultra drauf halten und das ist schon echt geil, aber ja, ich weiß nicht. Dann verzieht die so heftig, wenn du, wenn du auf nähere das Ganze irgendwas machst. Dann, äh... Aber ich könnte natürlich jetzt versuchen. Okay, Kamikaze. Ich mach jetzt Kamikaze. Uff! Snip! Alter, fick dich. Nee, da ist ein Snip, der geh ich weg. Da ist ein Freekill. Na ja, mein Freund. Alles gut, ihr kommt von oben. Ja, Mann! Er kommt von oben, er macht dich Platz. Er sitzt der Finn, weil er C4 hat. Währenddessen versuche ich nämlich, irgendwie eine günstige Position zu kriegen, um einigermaßen zielen zu können. Oh, sieht gar nicht, gar nicht schlecht aus, aber ich würde gerne mein Dreibein auf... Ja, mein Dreibein aufstellen. Na, das wird zu weit in die andere Richtung und dann geht's wieder nicht, ne? Und hier sehe ich ja super viel, ne? Oh, klasse. Na? Ah, fuck you. Hallo? Kannst du mal weggehen jetzt? Danke. So, den habe ich aber gerade mal voll markiert. Wenn wir die so weitermachen, muss ich doch hier meine Skiller-Waffe rausholen, mit der ich unbesiegbar bin, ja. Alle halten sie auf einen drauf, so gehört sich das. So, mein Freund. Danke. Ich kann nicht so weit rüber, das klappt nicht an. Aber so geht das schon. So geht das, auf jeden Fall. Ja, ne? Man muss die Gegebenheiten der Map ausnutzen, das ist halt leider einfach so. Da lebt doch irgendwie, äh, Aftermath davon, oder stirbt halt früher oder später, ich weiß es nicht. Na, jedenfalls, äh, ja, ein paar Kills machen wir, dann muss man das schon... Was ist... Beweg dich, Mann, Junge! Boah, ich muss niesen gleich. Oh, ich muss niesen. Es ist so eklig. Fuck you. Ich muss gleich nachladen. Ich gehe da rein, ich gehe da rein, ich gehe da rein. Yo. Fuck you. Alles leer. Mit der Rex, Junge. Verpiss dich, Mann! Ich das hasse, ey! Fünf Schuss noch. Nein! Oh, fuck! Nee, da war nix. Das nix. Oh ja. Okay. Also das ist auch immer ein ganz... Oh, schön. Ein ganz guter Tipp für die Leute, die jetzt vielleicht erst Battlefield anfangen oder... Alter. Battlefield anfangen oder so. Immer erst, wenn man quasi wiederbelebt wird, erst mal mit der Handfeuerwaffe was rocken versuchen. Yo! Hey, Team gewonnen. Stats für den Arsch. Boah, 27, 37, 24. Nicht so leck. Burner, sag ich jetzt mal. Oh, scheiße. Ja, schauen wir uns so ran, wie die ganzen Ribbons hier durchlaufen und ich weiß noch nicht, wie ich das uploaden werde. Ob ich das uploaden werde, aber ihr werdet es schon sehen. Würde ich einfach mal sagen, Alter, war ne kleine Runde BF3 mit mir, davon gibt's ab sofort mehr und wir sehen uns beim nächsten Video. Horn's rein, bis dahin und ciao, ciao. Horn's rein,